Mein Name ist Basti und ich muss gestehen, mein Penis wird auf YouNow von Kindern gesehen. Mit Maxi im Stream, da hat's mich gepackt, hab mir vor der Kamera den Löhles ausgepackt. Hast du schon mal eine Eifelsthese mit dir? Der Arbeitskollege hat mir heute an seinen Stingel zu streamen lassen. Es macht mich an, wenn Kinder ihn sehen, sind sie dann noch jung, ist er richtig am Stehen. Die Dinge sind wie sie sind, kann's nicht verhindern, steh seit ich denken kann auf Kinder. Ist doch noch mega geil oder was auch so Pippa hoch. Sechs. Luca du Arsch. Später noch Post, vom Staatsanwalt, typisch Gerbel, so ist er halt. Es geht ja wirklich nicht, dass der Basti in YouNow seinen Zipfel noch so herzeigt.